Moinsen, ihr Flitzbieben, ihr flaumbärtigen Lumpen und alle, die nicht so genannt werden wollen. Ich bin der QBIS Erklärwehr und das hier sind meine Steinberg News. Tada! Mal gucken, vielleicht mache ich das jetzt öfter. Je nachdem, wenn mal was anliegt. Ja, frohe Kunde, es gibt eine 40% Rabattaktion auf QBIS 12 und auch noch kostenlose Partnerprodukte für alle Inhaber von QBIS 12 Elements, Artist oder Pro. Die LE-Version und die AI-Version sind davon leider ausgenommen. Dann schauen wir uns mal an, was gibt es denn hier bei einer 40% Rabattaktion? Kann man davon ausgehen, kriegt man 40% Rabatt. Hier sieht man die Preisnachlässe und 40% finde ich ist schon ganz ordentlich. Natürlich auch auf Updates und Upgrades, das wird auch gerne durcheinander gewirbelt. Ein Update ist von QBIS Pro 11 auf QBIS Pro 12. Ein Upgrade wäre von QBIS Artist 12 auf QBIS Pro 12. Und jetzt wird es verwirrend, es gibt auch ein Update-Upgrade. Also einmal von Artist auf Pro das Upgrade und von Version 11 auf Version 12 das Update in einem. Und das gucken wir uns mal an. Wir klicken mal hier auf Ich will kaufen. Vollversion, 40% Rabatt, ganz einfach. Und dann haben wir hier Updates und Upgrades. Und jetzt sagen wir mal ganz einfach, wir wollen von QBIS Artist 11 auf QBIS Pro 12. Zack, müsste ich das hier auswählen. Und das kostet momentan 197,40 Euro. Und wie ihr seht, QBIS bzw. Steinberg ist da sehr großzügig geworden. Also von QBIS Artist 6 könnt ihr jetzt für denselben Preis auf Pro 12 upgraden und updaten wie von der 11er. Schauen wir uns mal an, was kostet das Pro-Update von 11 auf 12. Das kostet gerade 60 Euro, wie nach Logo 40%. Finde ich cool. Das wird bestimmt einige neue Kunden anlocken. Schaut euch das hier an, ein Update von irgendeiner Pro-Version. Da hier unten nicht verwirren lassen, bis QBIS 7.5 gab es den Zusatz Pro nicht. Da war die QBIS Version einfach nur mit der Versionsnummer. Das war sozusagen die größte Version. Und dann gab es halt, hier seht ihr das, QBIS Artist 7.5 oder Element 7.5 und so weiter und so fort. Also gar nicht verwirren lassen. Egal welche QBIS Pro Version ihr habt, so will ich es mal nennen, kostet momentan 119,40 Euro auf QBIS Pro 12. Finde ich ordentlich. Vielleicht hat ja noch irgendwer eine uralte QBIS Version rumfliegen und kann jetzt für einen schmalen Thaler auf die aktuellste QBIS 12 Version upgraden, updaten, was auch immer. Also selbst wenn du noch ein uraltes QBIS Essential Studio SX oder SL hast, kommst du für knapp 300 Thaler jetzt auf QBIS Pro 12. Dann gucken wir nochmal hier. Das ist meiner Meinung nach auch neu. Es gab früher zumindest, als ich das letzte Mal mich hier umgeguckt habe auf Education, gab es keine Update Preise für Education Produkte. Es gab, du konntest nur die, soweit ich mich erinnern kann, nur die Vollversion zu ermäßigten hier für Studierende und Lehrpersonal und so weiter und so fort. Die hatten immer so einen Education Rabatt. Und da ist momentan sogar die normale Vollversion günstiger als die Education. Aber ihr seht das, so war das früher und mittlerweile gibt es auch Education Updates. Da ist dann auch wiederum hier so ein Berechtigungsnachweis erforderlich, dass ihr auch wirklich Student oder Lehrkraft oder was weiß ich was seid. Und dann seht ihr hier, könnt ihr auch von der uralten QBIS 4 Version auf QBIS Pro 12 für ganz elegante 59,99 Euro updaten. Also das finde ich, das ist schon sehr, sehr spendabel von Steinberg. Das ist echt ein guter Kurs hier. Für Crossgrades gibt es auch die 40% Rabatt. Das auch noch kurz zur Erklärung, da scheuen auch viele vor zurück, weil die denken, ich mache jetzt ein Crossgrade von was weiß ich, Studio One. Viele denken, dann wäre die Studio One Lizenz erloschen oder so weiter. Nein, nein, die behaltet ihr und könnt dann, ihr müsst nur nachweisen, dass ihr das habt. Und dann bekommt ihr QBIS für 215,40 Euro aktuell, ja, hier ist aufgelistet, welche Software da als Crossgrade, Competitive Crossgrade von Ableton, Logic, Pro Tools, Bitwig, bla bla bla. Hier, ihr seht die Liste, die sind alle berechtigt für so ein Crossgrade. Sehr, sehr schöne Sache, freue ich mich für alle, die davon profitieren können und für einen schmalen Taler auf QBIS wechseln. Dann machen wir das mal zu. Es gibt noch mehr. Und zwar gibt es diese fünf wunderschönen Dinge. Einmal von Arturia, den CS80V, dann Melodyne Essential von Steinberg, Amped Electra, das ist hier so ein E-Piano. Von Softube, ein Dirty Tape und Akustiker-Audio, Fire the Clip, ein sehr schöner Clipper. LE und AI sind aus der Nummer komplett raus, da gibt es gar nichts geschenkt. Und jetzt gibt es Einschränkungen. Der Arturia CS80V, der wird euch nur geschenkt, wenn ihr Pro-User seid, also Besitzer einer QBIS Pro 12 Lizenz. Das Melodyne Essential 5 gibt es nur für Pro- und Artist-Inhaber und dann auch noch das hier Funky E-Piano, Amped Electra. Das gibt es auch nur für Pro- und Artist-Besitzer und dann von Akustiker-Audio. Das gibt es für Pro-Artist und Elements-User und dann von Softube auch für Pro-Artist und Elements. Gibt es eine kostenlose Lizenz, die ihr dann bei den jeweiligen Herstellern einlösen könnt. Ich zeige euch das gleich nochmal. Dann kommen wir hier unten noch kurz zu den Frequently Asked Questions. Fuck. Erstmal ganz allgemein, wenn du jetzt am 31.08. leider QBIS gekauft hast, dann ist das sehr, 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 sehr ärgerlich. Aber Steinberg schreibt hier ganz klar, dann hast du Pesche hart. Ist halt ärgerlich, aber was willst du machen? Dann, Education-Versionen sind auch nicht in diese 40% Rabattaktion drin, aber ihr habt ja gesehen, Education ist ja sowieso ermäßigt. Das ist immer ermäßigt. Und ihr könnt das auch hier bei Musikalienhändlern eurer Wahl machen. Da gilt diese Rabattaktion genauso. Nicht nur im Online-Shop. So, dann die kostenlosen Partnerprodukte. Zeige ich euch gleich, wie ihr da drankommt. Gilt natürlich auch für Leute, die auf QBISWLF abgedatet haben. Die bekommen auch die Gutscheine. Hier steht nochmal, der Gutschein läuft ab. Also bis zum 3. Oktober müsst ihr das einlösen. Und habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Diese 40% Rabattaktion läuft auch nur bis zum 3. Oktober. Und auch wenn du mehrere 12er-Lizenzen hast, du bekommst jeweils nur einmal diese Gutscheine. Und hier steht halt nochmal, für LE und AI gibt es leider nichts. Und diese Gutscheine sind auch bei Leuten im Account vorhanden, wenn sie über eine Education-Version von QBIS12 Pro Artis Elements verfügen. Und hier steht dann nochmal, auch auf die Crossgrades, habe ich ja schon gesagt. Dann wollte ich euch ja ganz kurz zeigen, wie das aussieht mit diesem Gutschein. Dafür mache ich hier mal kurz zu und hole mal den Steinberg Activation Manager mal nach vorne. Und zwar, wenn ihr hier auf dieses Symbol klickt, tada, dann kommt ihr über diesen Button, müsst ihr draufklicken, auf die Seite, also auf den MySteinberg Account. Das habe ich dann hier schon mal vorbereitet. Dann könnt ihr hier eure Licensing, Steinberg Licensing basierten Produkte anzeigen lassen. Und dann seht ihr auch, wann und wo, auf welchen Maschinen ihr das Ding schon aktiviert habt. Und dann gibt es halt hier auch noch diesen Bereich Gutscheine. Und wenn ihr da draufklickt, dann erscheinen hier alle Gutscheine, die ihr habt. Hier schon mal ein kleiner Spoiler. Hier müsste in meinem Fall eigentlich noch ein weiterer Gutschein sein. Da komme ich aber gleich zu. Nun gut, hier seht ihr auch, ich habe zweimal das Steinberg Amt Elektra. Aber fragt mich nicht warum. Seht ihr, ich habe das einmal am 1.9., wo diese Gutscheinaktion losging, habe ich das aktiviert. Und dann habe ich nochmal eine bekommen. Und die habe ich dann nochmal aktiviert, weil ich dachte, ist vielleicht was schief gelaufen. Naja, jetzt habe ich die zweimal in meinem Account. Da muss ich mal gucken, ob ich die vielleicht verschenken kann oder so. Weiß ich nicht, ob das geht, weil was will ich mit zwei Lizenzen. Naja, und dann stehen halt hier die ganzen Geschichten. Und dann klickt ihr hier auf Einlösen. Und zack, dann öffnet sich eine andere Website. Und dann könnt ihr das hier. Folgt ihr den Anweisungen hier. Und dann habt ihr diese wunderbaren Sachen bei den Herstellern. Ist natürlich da, ich weiß es jetzt schon so sicher wie das Arme in der Kirche. Es wird wieder einer meckern und sagen, dann muss ich mich ja anmelden. Dann kriegen die ja meine Daten. Dann wollen die mich wieder. Dann werde ich gespammt mit Werbung. Ja, mach dir doch verdammt nochmal irgendeine Schrott-GMX-Fake-E-Mail-Adresse. Und wenn du das nicht willst, meine Güte. Dieser ganze Klumpatsch hier, wenn ich mich nicht irre, ist irgendwas knapp um die 500 Euro. Und wenn deine E-Mail-Adresse dir das nicht wert ist, dann lass es halt bleiben. Meine Güte. Jetzt bist du schon wieder am Halsen hier. Nun gut. Also, ist jeweils selbsterklärend. Wenn ihr, dann müsst ihr euch hier einen Account machen. Und dann bekommt ihr ein Cubase. Quatsch, ein Melodyne Essential. Wie auch immer. Jetzt kommen wir noch zu einer Kleinigkeit. Wir sind hier in der News-Ecke. Wie gesagt, hier müsste eigentlich noch ein Gutschein sein. Und zwar, was müsste hier sein? Ein Gutschein für Groove Agent 5. Warum ein Groove Agent 5 Gutschein? Das zeige ich euch hier. Und zwar, das ist an mir vollkommen vorübergegangen. Ich habe das auch nur durch Zufall erfahren. Und zwar von einem guten Kumpel, der Jochen, a.k.a. Knallbutz, der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen. Der hat ein Problem gehabt, dass der Gutschein nicht in Mai Steinberg auftauchte. Und zwar hat der irgendwie auf Facebook in der Cubase Nutzergruppe Deutschland oder wie sie heißt, da ist er auf einen Hinweis gestoßen, dass Groove Agent jetzt auch schon das Steinberg Licensing nutzt. Ursprünglich war das ja mal anders kommuniziert von Steinberg. Da hieß es beim nächsten Kaufupdate, also sozusagen auf Groove Agent 6, dann wurde das Produkt in das Steinberg Licensing System überführt. Aber wie ihr seht, seit dem 28. Juni ist Groove Agent 5 sowohl für das Licensing System, also die neue Lizensierungsgeschichte hier von Steinberg, und gleichzeitig auch noch E-Licenser unterstützt. Das ist mir vollkommen durchgegangen, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt und das ist ja jetzt schon ein paar Monate her. Daher nochmal danke Jochen, a.k.a. Knallbutz, für deinen Hinweis. Und dann gibt es hier auf der Steinberg-Seite noch eine Übersicht, eine Upgrade-Gutscheine in MySteinberg für den Umstieg auf Steinberg Licensing. Mein Gott. Und dann steht hier die Voraussetzung dafür. Und zwar muss dann in deinem MySteinberg-Konto eine E-Licenser-basierte Lizenz registriert sein und die Software muss auch Steinberg-Licensing unterstützen. Und dann gucken wir, Groove Agent unterstützt, steht hier in der Liste der unterstützten Produkte für das Steinberg-Licensing. Also ist richtig, in meinem MySteinberg-Account ist der Groove Agent auch registriert. Dann steht hier, dass die installierte Version muss natürlich dann auch auf dem aktuellen Stand sein. Im Falle von Groove Agent 5.1.1, ich glaube wir sind mittlerweile bei 5.1.11, war bei mir auch der Fall. Also ich hatte die aktuellste Version drauf vom Groove Agent und natürlich auch der Steinberg-Licensing-Download-Assistent und bla bla bla, alles aktuell. Dann muss natürlich der Dongle noch drin stecken, beziehungsweise also auf dem Soft-E-Licenser oder auf dem USB-E-Licenser muss die abzugradende Lizenz natürlich vorhanden sein, sonst geht das nicht. Das war aber bei mir alles gegeben und auch beim Jochen war das so. Und wie ihr aber gesehen habt, es ist mittlerweile hier aktiviert im Activation Manager, meine Groove Agent 5 Lizenz. Und ich kann euch das auch nochmal hier zeigen. Hier unten steht der Groove Agent 5. Dann steht wie seinerzeit beim Upgrade von Qubis 11 ist dann dieser Nachsatz Upgraded to Groove Agent 5 with Steinberg-Licensing. Und wie hier Upgraded to Qubis 12 with Steinberg-Licensing. Also nicht mehr upgradbar oder wie auch immer. Wie bin ich jetzt da dran gekommen? Ganz einfach. Wenn ich in meinem Mai-Steinberg-Konto bin, dann gehe ich nochmal hier hin, dann klickst du hier auf Support und dann geht eine Maske auf. Und dann kannst du einfach mal in einem freundlichen Ton den Steinberg-Support über dieses Kontaktformular da anschreiben. Und ich habe dann meinen Fall geschildert, dass mir halt dieser Gutschein in meinem Mai-Steinberg-Account nicht angezeigt wird. Das war so gegen 12 Uhr. Und gegen 16 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, habe ich eine Antwort bekommen von einem sehr netten Steinberg-Mitarbeiter. Was soll ich euch sagen? In dieser E-Mail war ein Aktivierungscode, den habe ich dann, so wie er es mir geschrieben hat, na geh auf, im Steinberg-Download-Assistent habe ich ganz einfach hier oben diesen Code eingegeben, habe ich aus der E-Mail rauskopiert und dann hier reingeschmissen. Und was soll ich euch sagen, es hat wunderbar funktioniert und ich habe das auch im Steinberg-Forum schon mal kurz einen kleinen Beitrag geschrieben. Es wurde so viel gemotzt über Steinberg-Support und so weiter und so fort. Bei mir ist es noch nicht vorgekommen, wie es andere Leute schreiben. Ich glaube denen das, dass das bei denen so ist. Ich kann euch auch nicht sagen, woran das liegt. Die dann sagen, ich kriege wochenlang keine Antwort und so weiter und so fort. Bei mir ging es immer ratzfatz und ich glaube nicht, dass Steinberg mich irgendwie besonders toll findet oder so. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Aber bei mir hat das immer ratzifatzi geklappt und ich immer mit einer Lösung, mein Problem wurde immer gelöst. Und wie gesagt, von zwölf Uhr mittags an dem Tag, wo hier diese Rabattaktion und so weiter läuft. Ich glaube, die haben gerade viel zu tun beim Steinberg-Support und trotz alledem innerhalb von vier Stunden hatte ich meine Antwort inklusive der Lösung. Muss man auch einfach mal lobend erwähnen, um mal einen Kontrast zu setzen zu dem Gemecker, was wir sonst immer erleben, wenn es um den Steinberg-Support geht. Dann bin ich mit meinen Steinberg-News durch und ihr kennt das Spielchen. Ausschlag rein, trinkt euch noch ein Bier und locker bleiben. Dann bin ich mit meinen Steinberg-Support.